Wie versprochen setzen wir heute unseren großen Flöten-Check-Up fort. Es sind einige spannende Kandidaten dabei und wenn du das Video bis zum Ende schaust, wirst du eine Überraschung erleben. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Jetzt, nach einem kurzen Intro, geht es sofort weiter mit dem zweiten Teil. Bleibt dran! Dann geht es jetzt mit Christine weiter. Christine spielt Evenstar aus dem Herrn der Ringe. Die Ringe Was sofort auffällt, ist Christines klarer Ton und ihr Vibrato. Und wer das Stück nicht kennt, es steht in F-Moll. Das ist echt eine anspruchsvolle Tonart und Christine geht souverän mit den vier B-Vorzeichen um. Die Atemtechnik ist gut und im Vergleich zu Benno die Mundaktion kleiner. Das sieht man natürlich durch die ähnliche Perspektive jetzt ganz gut im Vergleich. Und dadurch, dass Christine eine etwas kleinere Mundaktion hat bzw. den Ansatz nach dem Atmen besser bilden kann, schneller da ist sozusagen, sind auch die Tonanfänge etwas besser. Christines Zählen ist Segen und Fluch zugleich. Durch ihr akribisches Zählen ist sie sehr rhythmussicher. Aber man sieht das Zählen in der körperlichen Bewegung und damit zerhackt sie ein bisschen die musikalischen Zusammenhänge. Alles, was man körperlich sieht, hört man auch im Ton. Stattdessen ist es viel besser, Linien zu denken und weniger mit den Füßen den Erdbooten zu berühren bei solch einer Phrase. Wenn man körperlich die langen Linien zieht, also sozusagen in die horizontale Ebene geht, dann wird man auch weniger Schwerpunkte in der Phrase haben, weniger die vertikalen Geschichten, die uns einfach aufhalten und den Zusammenhang wegnehmen. Dann fasse ich das hier auch einmal kurz zusammen. Christine, du spielst mit einem hellen, silbrigen Klang. Die Basics wie Ansatz, Atmung, Haltung, Fingertechnik, Fingerhaltung sind gut. Auch mit dem Zusammenspiel hast du keine Probleme. Manchmal drängst du etwas nach vorne und bist vor der Begleitung, aber im Großen und Ganzen managst du das Zusammenspiel souverän. Bei deiner schönen, hellen Klangfarbe musst du ein bisschen aufpassen, dass der Ton nicht anfängt zu schreien, wenn es mal in die Höhe geht oder wenn du mal laut spielst. Damit das nicht passiert, empfehle ich dir Übungen für Volumen in deinem Ton. Ich würde einfach Töne aushalten, irgendwelche einfachen Zweierbindungen machen und immer darauf achten, den Kehlkopf tief zu stellen und ganz viel Resonanzraum zu schaffen. Und dann musst du so ein bisschen schauen, ob du diese weite Kehlkopfstellung beim Spielen ein bisschen beibehalten kannst. Sobald du die Lippen zu fest hast, da kriegst du eine hohe Luftgeschwindigkeit, der Ton wird obertönig und scharf. Das ist etwas, worauf du sehr achten kannst, dass du den Druck, den du fabrizierst, du spielst ja auch ordentlich mit Gas und greifst die Töne an, was sehr gut ist. Aber du musst das eben auch rauslassen. Und wenn du das festhältst mit den Lippen, dann geht der Ton nach oben weg und wird zu obertönig. Ja, das ist viel zu gepresst und auch zu hoch und zu unflexibel. Gucke, dass du ihn runterkriegst, dass du die Lippen ein wenig lockerst, damit der Ton auch rauskommen kann. Auch würde ich dir empfehlen, mal anzufangen, an deinem Vibrato zu arbeiten. Es ist ja schon sehr prominent und man kann sich als Flötist immer freuen, wenn das Vibrato kommt. Aber optimalerweise sollte man das Vibrato beherrschen und nicht das Vibrato einen. Und bei dir hat man so ein bisschen das Gefühl, du bist so ein bisschen Fahrgast bei deinem Vibrato. Das kommt halt und du freust dich und machst da aber nichts dran. Und Vibrato sollte ja Gestaltungsmittel sein. Und von daher, übe doch mal ein bisschen, das Vibrato zu variieren. Versuche mal, ganz, ganz gerade Töne als erstes zu machen, ohne jegliches Vibrato. Und ich wette mit dir, da hast du schon deine ersten Schwierigkeiten. Du musst als erstes lernen, das abzustellen. Und dann kannst du auch nach und nach lernen, mit einzelnen Schwingungen es wieder anzustellen. Und auf die Art und Weise wirst du ganz locker und flexibel mit deinem Vibrato umgehen können. Denn es ist eine ganz schöne Sache, das Vibrato wirklich gezielt einzusetzen als Klangfarbe. Ich habe schon mal ein Video zum Thema Vibrato gemacht. Vielleicht schaust du dir das nochmal an. Deine Phrasierung kannst du noch verbessern, indem du mehr deine musikalischen Höhepunkte anspielst. Schiebe deine Luft wirklich bis dahin und denke eine Linie, ohne jeden einzelnen Ton oder jeden einzelnen Schlag so wichtig zu nehmen. Das Zählen, das machst du nur im Kopf. Das braucht man im Körper nicht zu sehen und schon gar nicht im Ton zu hören. Also versuche viel mehr, die Bögen zu spannen und größer zu denken. Dann wird deine Musikalität auf jeden Fall nochmal viel, viel besser werden. Vielen Dank für deine schöne Einsendung, Christine. Der nächste Beitrag ist von Florian. Er hat zwei Sätze des Flötenkonzerts G-Dur von Karl Stamitz eingesendet. Hören wir mal ein bisschen in den ersten Satz. Er hat zwei Sätze des Flöten Quizes. Musik Das hier ist schon anspruchsvolle Flötenliteratur und gehört zum Repertoire eines Flötisten. Florian spielt das Ganze tonlich und technisch auf einem anständigen Niveau. Am überzeugendsten ist für mich Florians Musikalität. Er weiß ganz genau, wie das Stück klingen soll und spielt es mit großen, fließenden Linien und guter Phrasierung. An der technischen Umsetzung kann noch etwas gefeilt werden und auch ein paar stilistische Feinheiten kann man noch besser herausarbeiten. Hören wir nochmal in den Anfang. Damit der Allegro-Charakter besser herauskommt, würde ich die punktierten Viertel mehr absetzen und auch die folgenden Viertel viel federnder spielen. Auftakte müssen generell leicht genommen werden und natürlich ist vor dem Auftakt zu atmen. So, dann hören wir noch eine andere Stelle. Der Klang könnte insgesamt durch die Lagen noch ausgewogen werden. In der Tiefenlage kommt noch recht wenig. Florian müsste mit mehr Luftdruck auf die Kante spielen, um den Kern in der Tiefe etwas herauszukitzeln. Zum Üben ist es, um ein Gespür dafür zu kriegen, gut die Skala nach unten mal zu binden und aktiv die Luft mit runterzunehmen. Und danach, je nachdem, ob man das kürzer spielen will, in den kürzeren Stoß. Das Gefühl der Luftführung bleibt aber erhalten. Und natürlich das Fassen des Ansatzes mit den Lippen. Ein ganz großes Thema bei Florian ist das Timing. Er ist ganz oft hinterher. Es ist ja auch jede Menge Zeug zu spielen, das muss man erst mal schaffen. Aber man hat einfach wenig Zeit zu atmen. Und um pünktlich weiterspielen zu können, ist man gezwungen, die vorige Note vor dem Atemzeichen extrem zu kürzen. Es ist wichtiger, auf der nächsten Note pünktlich zu sein, als die Note vor dem Atemzeichen bis ran auszuhalten. In Takt 125 ist das zum Beispiel gar kein Problem. An der Stelle kann man wunderbar atmen und dieses Cis kann man einfach kürzen. So hat man genügend Zeit, sich nochmal ordentlich aufzutanken und für die nächste Stelle Reserve zu haben. Hören wir noch ein bisschen in den wunderschönen zweiten Satz. Musik Hier sind die Bindebögen schön abgezogen und die Leichtigkeit, die der zweite Satz braucht, wird absolut hörbar. Wieder ist das Timing nicht so gut, Florian ist oft hinterher und die Mittellage ist so ein bisschen brüchig. Das Vibrato, was bei diesem Satz ein wunderbares Gestaltungsmittel sein kann, ist in Ansätzen vorhanden, könnte aber noch viel, viel stärker herausgearbeitet werden. Sehr schön ist es, dass man durchaus dynamische Unterschiede hört in seinem Spiel. Hören wir noch ein bisschen in die Kadenz des zweiten Satzes. Absolut beeindruckend spielt Florian die Triller. Die sind mit ganz hervorragender Fingerfertigkeit technisch sehr, sehr gut gespielt. Abschließend kann ich dir sagen, Florian, dass du flütistisch mit deinen jungen Jahren auf einem sehr guten Niveau spielst. Dein Ansatz ist gut, obwohl du ein bisschen nach oben verkanntest, das weißt du, aber er ist ein bisschen unflexibel. Ich rate dir daher, viele große Bindungen zu üben, damit du mit deiner Unterlippe ein bisschen beweglicher wirst. Damit dein Ton in der Mittellage etwas stabiler wird, würde ich einfach ganz viel lange Töne aushalten. Am besten mit Crescendo, Decrescendo, dann trainierst du gleichzeitig deinen Atem und deine Luftführung und lernst Kontrolle über deinen Ton zu bekommen. Deine Atemtechnik ist zwar ganz gut, aber du musst lernen, dir die Luft noch besser einzuteilen, damit du auch wirklich zuverlässig bis zu dem nächsten Atemzeichen kommst. So von wegen Tonanfänge und Atmung, diese Kombi, wäre auch bei dir weniger Mundbewegung besser. Also schau mal, dass du deinen Ansatz früher nach dem Atmen schon fertig hast, auch wie bei Benno. Auch bei dir ist es so, dass du ein bisschen den Mund erst schließt im Landeanflug des ersten Tones. Versuche deinen Ansatz schon vor Beginn besser parat zu haben. Um dein Vibrato zu trainieren, und das würde ich auf jeden Fall machen, würde ich dir auch die Vibratoübung ans Herz legen. Also du beginnst mit ganz geraten Tönen und dann nimmst du eine Schwingung, zwei, drei und so weiter. Vielleicht schaust du auch dieses Video, was ich dazu mal gemacht habe. Da habe ich diese Übung vorgestellt. Ansonsten kannst du mich auch gerne nochmal fragen. Dein Zungenstoß ist okay, aber die Doppelzunge muss noch viel präziser und vor allem klanglich besser werden. Man darf nicht vor lauter Stoßaktionen im Mund den Klang vernachlässigen. Das muss genauso knackig und klangschön kommen, wie wenn du bindest. Ansonsten würde ich dir raten, Technik rauf und runter, Tonleitern, Dreiklänge, das ganze Programm, damit deine Finger einfach ein bisschen noch fitter werden. Und was halt schwierig ist, bei der Kombi Stoßfinger, dass das alles zusammen ist. Finger und Zunge, diese Kombination darf halt nicht klappern. Ich sage dir das jetzt so ausführlich, weil du mir gegenüber den Wunsch geäußert hast, Musik studieren zu wollen. Ich hoffe, dass von den paar Sachen, die ich jetzt gesagt habe, du ein paar wirklich nehmen kannst und in die Tat umsetzen und dich dadurch verbessern. Auf jeden Fall wünsche ich dir toi, toi, toi für dein Vorhaben. Zum guten Schluss haben wir noch eine Aufnahme von Manfred. Die habe ich bis zum Schluss aufgehoben, weil das ganz anders ist als alles, was wir bis jetzt gehört haben. Das hören wir uns jetzt mal an. Das hören wir uns jetzt mal an. Manfred ist der einzige Jazzer unter uns. Und für die Jazzer gelten ganz andere Kriterien als für uns Klassiker. Sie haben eine ganz andere Vorstellung von Präzision und von Klang als wir klassischen Flötisten. Ich gebe zu, ich habe nicht allzu viel Ahnung von Jazz. Ich bin rein klassisch ausgebildet. Ich habe ja Orchesterausbildung und auch ein Solistenexamen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Jazzer die besseren Musiker sind. Warum? Ein klassischer Musiker kriegt irgendwelche Noten vorgesetzt und die kann er ganz toll vom Blatt spielen. Mehr oder weniger gut. Das hängt jetzt vom Musiker ab. Aber er kann sie vom Blatt spielen und immerhin eins zu eins das rausbringen, was er da sieht. Das ist vergleichbar mit einem Text, den man vorliest, ohne den Inhalt zu verstehen. Das klappt beim Jazzer nicht. Ein Jazzer muss Ahnung haben von den Skalen, von den Akkorden, die er verwendet. Und muss definitiv tiefer reingehen in die Materie, um überhaupt das Material zu haben, mit dem er umgehen kann. Jazzflöte, die meisten kennen Jazz brutal, hat einen ganz anderen Sound als die klassische Flöte. Als ich in ganz, ganz jungen Jahren mal einen Jazzflötisten angehört habe, dachte ich, hä, wie klingt der denn? Der rauscht ja total und der spielt ja gar nicht gut. Aber dass das gewollt ist und dass es da um ganz andere Dinge geht, das habe ich erst viel später begriffen. Ich finde das total klasse, was Manfred hier macht. Er benutzt die Blues-Tonleiter auf E und spielt zu einem Gitarren-Soundtrack, den er möglicherweise auch selbst aufgenommen hat. Ich sehe da auf jeden Fall eine Gitarre im Hintergrund. Das kann ich mir vorstellen. Und er improvisiert da einfach vor sich hin. Das ist eine richtig gute Performance. Der Ton klingt ein bisschen raurig, aber passt einfach zu dieser Improvisation. Ansatz und Haltung sind gut. Die Finger könnten etwas runder sein. Das Timing mit der Gitarre ist hervorragend. An dieser Stelle können wir sehen, dass Manfred ein bisschen fest ist in der rechten Hand. Er arbeitet ein bisschen zu sehr aus dem Handgelenk, anstatt lockerer in den Fingern zu sein. Das würde dem Tempo in seiner Improvisation sicherlich helfen. Er würde noch mehr Speeds drauf kriegen, wenn das hier alles ein bisschen lockerer wäre. An der Stelle, wo es dann in die Höhe geht, endet die Aufnahme leider. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gehört, weil auch die Höhe klingt bei ihm echt toll auf der Flöte. Ich könnte mir vorstellen, Manfred, dass du deine Fingertechnik ein bisschen verbessern kannst. Ich würde ganz viel Skalen in unterschiedlichen Rhythmen üben, um einfach ein bisschen mehr Geschmeidigkeit da rein zu bekommen. Und dabei solltest du darauf achten, dass du eben wirklich nur aus deinen Fingern arbeitest mit lockerem Handgelenk, ohne das hier so festzustellen. Manfred, vielen Dank für deine Einsendung. Das war eine erfrischende Abwechslung zu uns Klassikern. Und sollte uns doch vielleicht mal ermutigen, selber in diese Richtung ein ganz kleines bisschen vorzustoßen. Was soll schon passieren? Alles, womit man umgeht, lässt doch unseren Erfahrungsschatz reicher werden. Das war ein umfangreiches Video, was mal aus der üblichen Reihe herausgefallen ist. Ganz toll, dass du dich getraut hast, mit deiner Flöte in die Öffentlichkeit zu treten. Und natürlich hoffe ich, dass meine Ratschläge dich jetzt ein bisschen weiterbringen. Und für dich, der du das Ganze schön sicher hinter deinem eigenen Bildschirm aus der nötigen Distanz verfolgt hast, hoffe ich, dass du aus den gezeigten Fällen auch für dich einige Erkenntnisse gewinnen konntest. Schreibe doch gerne in die Kommentare, ob dir dieses Format gefallen hat und ob du gerne in Zukunft mehr davon sehen würdest. Und wer weiß, vielleicht bist du ja beim nächsten Mal auch dabei, wenn es heißt, der große Flötencheckup. Ich freue mich, dich jedenfalls bald wieder hier auf meinem Kanal zu sehen. Bis bald und bis dahin. Ich freue mich, dich jedenfalls bald wieder hier auf meinem Kanal zu sehen.